feurio zusammen hat sie kommen zu einer feurio Fossio oh nein ach fies willkommen mit mein Traitor läuft hier rum er läuft hier rum hallo er läuft hier rum Dalu Kapuze, Kundran, Maru, Maxi, Taudo, Pein, Katze hallo also was du das tust? ne was was weiß was du das tust? das war gar keine gute Antwort das war gar keine gute Antwort ich glaube Taudo hat gerade Darius und Heik geschossen ich hab Kapuze gefunden ja ok der Chaos hat mich gekillt oh schade Dalu schade traurige Geschichte Dalu traurige Geschichte es ist Taudo was denn? ja Taudo hat auch Dalu zum Heikki geschossen ich hab Taudo, ne Taudo ist er da? nein Taudo nein Maru ist der Pain Maru ist der Pain Maru ist der Pain mein Beileide das hat schon echt grauslige Leute manchmal das ist der Pain ja das ist schon echt grauslig ey ey nicht auf mich schießen können wir Taudo schießen wir mit da alter Taudo ist voll ausgerastet Daudo hat er Angst bekommen aber dann ist Dalu passt auf jetzt kann Dalu jetzt kann Dalu noch einen Freund ein Freund mich zu holen ist schon zu spät einer von euch dreien ist schon in der Gang in welchen Gang? oh nein ich hab genau gesehen dass du auf mich geschossen hast und vorbei ist nein hinter dir stand noch jemand ähm was war das? hey Alims Alims was machst du denn? Alims der nächste er durch hä? auf wen hat er geschossen? wir haben den Marker Dalu ist es Dalu ist es Dalu Dalu ganz schnell anders abmurksen gehen muss da drin sein ja da was für eine Ecke Dich durch die Tür ja du musst ganz nah ran dann kannst du durchstechen nochmal oh danke kommst du aus der blutigen Tür oder der weniger blutigen Tür oder gibt es noch irgendwo einen Geheimgang? ah au set Wallhacks an ich hab mir den Radar gegönnt ja als ob als ob du das Glück hast den Radar da drin zu haben und Chaos bist du auch? ah das ist ja megaassig what the fuck wer nimmt denn immer Chaos ja im Moment darum war ich offensives Chaos ist ja gut offensiv ich glaube nicht dass du ein Radar hattest doch ich hab mir echten Radar geklaut als ich da in dem Klo was für eine Nacht kann man haben nur 3 Inos gab's war auch einer am Anfang wer hat sich zum nächsten Mal wer hängt auch mal nicht an der Torspitze ich hab Bane da aufgehangen ich wollte wirklich rein zum Sidekick schießen ja ich hab sogar was Gutes gemacht mir so knallst du mich ab ich hatte gehofft dass Items einfach Kapuze erschießt also ich hab einfach gelogen dass einer Sidekick ist ja ich hab einfach gesagt einer von euch drin ist Sidekick hat er auch funktioniert oder nicht? ne ich hab auch Kapuze geschossen weil ich glaub das ist aber that was a fucking lie ey du hast nicht auf mich geschossen ich bin mit der Minigun reingelaufen ja aber da war ich nicht drin der nimmt dann immer Chaos er hat auf der Wallonie erschießen er hat auf der Wallonie erschießen ja dann war er doch da drin oder was wieso mich erschießen ja weil du Chaos bist der Haustverfuß hat er irgendwie geschossen das war blöd oh 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 Ich lebe nicht ich lebe eu ich stepp beleise 2.0 ja du hast 3 Granaten hier rüber geworfen da war eine Blase ich hab nur Plasma geworfen das war kein Geheimnis zufällig auf Nils dufällig über 80 Meter hat der Nils geworfen 3 Granaten geworfen 4 also für sowas würde ich 4 mein Kristall wurde zerstört hinter den Kieche da komm ich sogar schnell hin Na, okay, der Dude, der unsichtbar macht, ist der Superwillen. Dann können wir doch mal Klassen durchgehen, oder? Der Typ, der unsichtbar macht. Ähm, Balouis Totem steht übrigens noch daneben. Hier war mein Totem und hier ist Balouis. Okay, also Baloui töten. Ähm, dann können wir weiter durchgehen. Items, was hast du denn für eine Klasse? Items, die ist von oben. Ich hab mich nicht mal geschossen. Du bist Bullet. Noch nicht, okay, verraten. Okay, Kondran. Jetzt hab ich dich. Warum verraten sollte ich das eine Menü verraten? Ihr liegt eine Leiche. Weil Maru und Kapuze... Dann töte Dalu. Dalu lügt sich wieder, war alles zurecht. Payne, warst du das jetzt? Nein, ich... Okay, ich hab grad ein Messergeräusch. Ich schleif mein Messer, weil ich jetzt gar nicht Dalu töte. Ja, und ich trinke jetzt nicht, nicht jetzt alle wieder schreien, dass wir trinken. Da wird doch gerade jemand abgestochen. Ich schwöche Falle. Hier ist ne Falle. Dalu hat aber gelungen mit Baloui. Nein, das ist Balouis Totem, kannst du sogar nachgucken gleich. Er hat's aber nur nicht kaputt gemacht, weil ich's direkt gecallt hab. Okay. Das war Balouis Totem. Äh, wer ist... Nils, du was hört, ne? Ja, ich bin jetzt noch. Bitteschön. Hey, Karl. Aber danke für die Info mit der Falle. Und Maru, wiederbelebt. Ja, da wurde noch ein Totem kaputt gemacht, auf dem Dach. Äh, da lief er gerade. Äh, Nils, lebst du noch? Nuss noch zu sein, oder? Kommt dran, ist es, kommt dran. Kommt dran, ist es. Oh Gott, die ging auf mich. Moment, die beiden Dethys leben noch. Da hat er gerade explodiert. Das ist ein Dethy-Flopper. Magst du es auch? Magst du es auch? Hab ich aber, Tautor, da bin ich was gewesen. Magst du ja ne Minigun, ist das Legend? Nein, ist es nicht. Das ist Legend. Gar nicht so gut. Ich find die schon. Ich mag die. Tot. Äh, ja, dass du noch bist. Einer wird abgestochen. Was? Warum war ich kurzzeitig in die Katas telefoniert? Maru, es war kein Fehler, dich wieder zu kommen. Ich glaub, du bist durch den Boden ge- Also, ich glaub, hat Kunrat dich in der Kirche erschossen? Oder im Krematorium? Nö, nö, nö. Sorry, böse Katze. Ja, wir haben ihn außen. Ja, ja, genau, dann bist du durch den Boden gebliecht. Das passiert manchmal beim Wiederbelegen. Ich hab Pötchen gegeben. Ja, aber man gibt kein Pötchen, wenn jemand fliegt. Achso. Ach, deswegen, der... Ich dachte, mich verfolgt einer. Deswegen hab ich ja extra gewartet. War eh nur Kapuze, hä? Wenn du nicht in die Katas willst, ist einfach die Abyss-Watcher nicht töten. Also, du hast zuerst gesehen, dass ich denke bin, dass ich denke bin, dass ich wiederbelebt bin. Ich hab gesehen, dass du wiederbelebt bist, ja. Ja, das hast du schon gesehen. Ja, das hast du ja gesehen. Also hast du nicht den Jumy gemacht. Aber es hat nix gemacht. Ja, aber... Ja, okay, das... War nix. Oder an deinem Tod. Oder an deinem Tod. Haben wir immer drum, dass wir uns heilen können. Ups. Das war knapp. Ja, stimmt. Ich bin ja detailleute. Sag mal, haben wir von dieser Map mal eine andere Version gespielt? Nee, wir haben hier dann letztens erst gespielt. Du suchst deinen Geheimgang, ne? Ja, ich suche meinen Geheimgang, musst du nicht. Ja, du? Kämatorium. Walui, sing mal. Du hast abgeduld. Ich sah mich irgendwo an deinem Klo. Alarm. Mit Wils. Walui. Walami. Äh, da oben. Also, ich bin deinem Geheimgang. Da durch diesen kleinen Schlitz. Nö. Er hat da jetzt gekillt. Er hat jetzt TOTOC mal geschossen und gegen ein Dibidio. Ich hab sogar noch Clockwerk angemacht, damit er ne Chance hat. Ich wollte weiter essen, aber irgendwie... Er ist wieder aufgestanden, verdammt. Hahaha. Walui, der Geheimgang ist da. Ein untoter Necromancer. Ja, er ist so eine Sache. Er ist so eine Sache. Gut, aber der konnte ja nur einen abstechen. Komm ich da irgendwie hochfallen? Du weißt, wo der Fußball ist? Achso, von der Seite. Oh, Credit. Was ist das für eine... Walui steht mit OEC in die Luft. Mal zu mir. Warte, ich war ganz kurz. Ich war Detective. Hab ich gelebt mit Second Chance. Einer ist dann falsch. Ja, Nils ist hier runtergesprungen, ja. Wenn du, ja klar. Wenn du dich selbst mit der Blinde bist, natürlich. Warum? 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 Oh! Walui, ich bin fast vom Dach gefallen. Nils ist einfach runtergesprungen gerade. Walui kommt zu mir. Es sah zumindest danach aus, ne? Nein, er ist runtergesprungen einfach. Darf eigentlich reden? Maxi, was machst du da? Was machst du da? Hier, Walui. Beobachte euch. Ich bin am Leben. Walui? Nein. Ich bin gut. Ich bin Chaos. Ah, hier ist die Geheimgeheimung. Stimmt ja, 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 ja. Ne, aber was? Ah, deswegen könnte die... Ah, das war glaube ich... Ne, ist auch er da. Der da. Nicht hingucken jetzt. Guck mal dazu, da war's getroffen. Weißt du wer? Ja, ja, ja. Lass da... Los, los, schon weg jetzt. Schieß gleich auf uns. Ob wir hier jemanden killen und den Meilenlauncher umlaufen? Ich hab schon was Lust. Das stimmt killen nicht. Irgendwer, wenn die Meilenlauncher umlaufen. Ich hab was Lustiges von Nils aufgehoben. Können wir damit was machen? Komm mal mit. Ich suche dir ein Versuchsobjekt. Pass auf. Da sind schon wir irgendwie zwei Unglusteln aus dem Dach unterwegs. Warte, komm jetzt! So, hier, er hat's eingefroren. Mach was. Das ist von Nils. Ich hab halt die hab ich, oder? Was denn? Oh, Moment. Hä? Hä? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was du gesagt hast. War ich auf dem Dach? Ich bin mir da jetzt auch unsicher, du. War ich nicht sagen, kann? Du kannst ruhig schießen, wenn du möchtest. Ich bin's nämlich nicht. Ich hab aus Versehen zwei Inos umgemacht. Wenn du jetzt mit der Golden Eagle auf mich schießt, dann würdest du nicht selber gehen. Na ja, da werden wir mal gesehen. Ja, da kann doch schlimm bleiben. Ja, okay, mach ich. Wo bist du? Du darfst nicht schießen. Ich darf schießen. Okay, trau dich. Ich bin hinter dir im Leuchtturm. Ah! Der hat eh der Miro oder so ne Kacke. Prank dich, oder wie? So, Baloui, du bist es jetzt auch noch. Balou, was war denn das jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich aktiviert hab. War ein Breach. Ah, das war Breach. Warte, warte, warte. Ich hab gedacht, du traust dich nicht. Moment, was warst du für ne? Du warst Breach. Warum hast du keine Explosionsschaden genommen, Baloui? Was hab ich? Warum hast du keine Explosionsschaden genommen? Weil du resistent war. Ach, resistent, nicht Breach. Ach so, weil du hast grad gesagt, du bist Breach. Ja, ja, nee, nee. Maxi hat leider zu viel gesehen. Du hast dich so schnell. Ich hab echt dich... Ich hab... Was passiert denn? Was? Ja, was denn? Wer hat denn meine Baloui gefressen? Letzte Runde. Ich? Deswegen hab ich dir... War ich gerade... Wir sind doch nicht bei den 3 Minuten Wine-Klimps angekommen. Why? Nils macht das nur, damit die Folgen halt länger gehen. Das ist eigentlich voll nett. Ja. Das meint ihr wieviel Screenshine. Ich hab's hier gefangen. Ich hab's hier gefangen. Ich hab's hier gefangen. Nee, war nicht. Eigentlich eher weniger. Also es kommt drauf an. Oh. Weg ist er. Was? Ne Kunde. Wenn du die Tür aufbauen. H3 Tau da... Ne. Ich brauch... Ich brauch ne richtige Waffe. Ist das hier ne Klingel hier? Ja, aber keine Pistole hab ich. Aber ich brauch doch irgendwen andern. Ja, ich kann dir nur noch Galil anbieten. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, ich soll schon. Warte, warte, warte. Ist der eine Waffe für dich? Das ist der Grappler vom Dete gewesen. Aber hatte Tauter jetzt schon Waffe gespielt? Der singt da so blöd! Paulu, hast du das gehört? Ich bin so gut, wieder die Tür zu machen. Hier ist eine Bestattung. Das ist so der Punkt. Ja, okay. Nichts, komm schon dran, bitte. Irgendjemand von euch hat wieder ein sterbendes Tier. Kann einer bitte kurz Valui umbringen? Das ist Jochen. Das ist echt schrecklich. Das ist ja das Schlimmste, was ich je gehört habe. Oh nein! Oh, wieso ist er denn da? Als ob Dalu, du Mörder! Nein, das ist nicht nett. Man muss denn nachladen. Ich geh dann durch die Tür. Nein, nein, nein. Aber mit einer anderen Waffe. Ja, mit der hier. Das war so ein mit der hier. Was? Ich erschieße dich jetzt damit. Wieso? Ich hab nur gepackt welcher. Mit der? Ja, dann schaust du dich an. Das ist ja mal... Kapuze rennt. Ich glaube, man kommt hier hoch, theoretisch, wenn du zu mir möchtest. Er hat seine Combustible. Combustible? Das ist aber ne Trailerwaffe. Komm, Vertible Lemon. Hä? Kapuze. Kapuze ist mir der Popo gefallen. Achso, er war schon... er war Verdetta. Sein Mörderschein... Er war abgestorben und du musst die Leiche von dem Bösen liegen. Oh, und da liegt was anderes von dem Bösen. Da liegt was Süßes. Wir haben kein Shinigami. Wir haben Vendetta. Oh, da liegt was Süßes. Ja, der sieht so seinen eigenen Mörder. Ich glaube, jemand hat bei Lou hier ermordet. Ah, Items, hast du was damit zu tun, vielleicht? Ich nein. Maxi? Ich hätte mir da gerade einen mitgegeben. Items, es ist oben auf dem Dach neben der Kirche. Achso, loll. Okay, das ist egal. Achso, Items ist es echt. Ja, dann war das. Ich bin ich nicht. Ich hab die Pause von Nils gerade geschenkt. Nils, wenn das gelogen ist, ich spring dich um. Ey, du kannst doch Nils nirgern. Items ist es safe. Warte mal ganz kurz, ich töte für erst Pain, dann darfst du mich töten. Nils? Nils. Äh, ne. Aber zieh dir jetzt mal das ein. Darf ich ganz kurz darüber? Danke. Ah, nein, nein, nein. Warum vertraust du mir so krass? Keine Ahnung. Nils. Nils, das könnte halt jetzt echt sein. Nee, nicht andere Items gerade irgendwas versucht haben, mit dir zu reden. Das Problem ist, ich kann jetzt Items nicht konfirmen, da würde ich nämlich bei sterben. Äh, wer lebt denn noch so? Oh, danke. Nice. Nils? Nils, Peppe Hands. Hä? Jetzt kommen Outstanding Moves. Ecken Geld. Ecken Geld. Ecken Geld. Da bist du rüber geflogen. Hä? Was denn? Nix. Ah, da. Loll. Den Doorbuster hat er angebrannt, als wir beide Taudor gekillt haben. Deswegen habe ich gesagt, nicht da. Da ist sie! Ah ja, da ist sie. Ah ja, ja, ja. Er war schon ganz lange an der Tür. Du Mörder. Ja, Maxi, ich musste schnell noch alles wegfallen. Nein, Maru hat irgendwas gemacht. Maru hat eine Frag Grenade gemacht, glaube ich. Er hat mich halt reingeportet. Ja, nur was aus der Tür kurz aufblitze, war ich schon tot. Ich habe nicht mehr Ahnung gehabt, so what the fuck da in der Welt. Nur ein Ambus Bolzen. Durch die Wand kam der. Da war die in der Heckstein Kick. Und Taudor auf Maru. Das würde ich aber wissen. Warum habe ich jetzt schon Leben verloren? Hallo? Weil dich jemand angeschaut hat. Kein Falscher. Boah, gut, Alter. Ich hatte noch die Auswahl zwischen Float und Resistance. Was ist denn das? Ach, Mann. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich. Boah, dieser Chaos-Scheiße. Ne, Chaos-Scheiße. Ich mag gar nix. Ich bin Baloui. Ich mag gar nix. Ja, ich bin Mac Baul... nein. Mac Mauli. Mac Mauli. Mac Mauli. Mac Mauli. Mac Mauli. Mac Mauli. Oh, das gab doch... Gebt wohl doch Fallschaden. Maxi, du bist... Moment, das war bei der Kirche gerade. Nee, das war bei der Kirche gerade. Nicht in der Kirche? Das war bei der Kirche gerade. Hallo. Hallo. Das Ding ist vom Dach geplomst. Da drauf? Maxi, das war doch nur L14 mit dem kein Fallschaden. Maxi, ich werde dich beschützen. Ja. Kannst du sie wiederbeleben? Nee, aber ich wollte dir einfach sein Leichen-Warf hängen. Habe ich echt meinen Sidekick-Schuss verpasst, Payne? Nein. Wow, Payne, good job. Ist echt daneben geschossen. Hallo, Payne. Nein. Magst du sie kaufen? Magst du... Achso, ja, ich habe daneben geschossen. Aber ich habe auch was anderes gezielt. Alter, hast du dich gerade aber selber verraten, oder? Hm? Hast du dich gerade aber selber verraten, oder? Ja, ich habe auch... Warfine. Nein. Egal, ob ich war. Die Kugel in den Kopf und dann pappt die Gesichter. Unter den Nils war das, oder? Ich habe das nicht mitbekommen, oder? Nils hat das nicht mitbekommen. Nils hat das nicht mitbekommen. Kapuze ist hinter mir gewesen. Hey! Unter euch im Turm ist einer tot. Da ist sogar Blut. Da trinkt ihr die Leiche gerade runter. Und nach ganz unten. Runter allen! Ja, Tautau ist hier ganz unten gewesen. Ja, aber ich bin Inno. Du hast aber auch gerade schon mal geschoppt. Äh, Maru! Ich habe ihn... Hast du den Wettel doch gerade eh erwähnt. Alle runter! Hier war das. Ja, dann confirm ihn doch. Ja. Oh nein, hast du nicht geflasht? Was ist denn für eine Klasse? Nero. Ich habe gerade Angst... ...angegangen in unserer Schule hier, was auch immer. Kirsche. Ist das eine Kirsche? Ja, stimmt. Es gibt Zombies! Ja. Ich glaube, dass wir dann mal ein Zombies haben. Oh! Gut zu töten. Ne! Hallo, was hast du auch aus? Hallo! Balui, hast du was denn mit dem? Ich bist so ongleich. Nein! Kapuz ist es! Ich wurde mit dem Schneeball angeschossen. Balui! 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 Ich kriege ich vorher noch! So! Really! Stacke! Mann, die Scheiße! Ich hänge... Ohne das Tee, Balui! Oh, du bist du hängen geblieben? Ja! Haha! Versteh'n ihr? Was? Was? Ich hab da so'n komisches Störgeräusch. Ich auch! Seid die Katze! Lass es mir aber geben. Krass! Richtig! Balui! Hast du Interesse an Balui? Nein! Heute nicht! Nächste Woche wieder! Balui! Baluii! Kann ich einfach irgendwo hin, Balui, wenn ich nicht mal eben close bin! Ja, das war ein Baum! Also, vom IQ her war das schon ziemlich nah an dir, Mann! Wo bist du denn jetzt, du kleiner Traitor? Entschuldigung, mittelgroßer Traitor! Warum? Sind wir die Letzten? Ne, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber... Bei dir weiß ich selbst, dass du Traitor bist. Weil? Weil du von Nils gecallt wurdest, der dann von dir umgebracht wurde. Ich hab überhaupt noch gar niemanden getötet, aber ist okay. Du wurdest vom DT gecallt, dass es du wärst. Ich hab aber noch keinen getötet! Der hat mich gecallt, als er gesagt hat, ich wäre mit den Zombies in Wunde stehen. Ja, bist du ja auch. Was ich aber nicht tue. Ja gut, dann bist du nicht Traitor, sorry. Hast ne Harpoon in der Hand gehabt, Balui? War das so legitim, dich zu töten oder anzugreifen? Bist du gerade wieder aufgestanden, Balui? Kann ich mir nicht vorstellen. Du hattest ne Harpoon. Hallo? Hey! Hey! Hui! Superblaue. Endlich! Da war die, Alter! Ich stüß! 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 Ach du, du warst der Origin und warst zu... beim... beim Start wieder! Oh, ne, ne, ich hatte mich gezent unsichtbar gemacht, als ob ich zu grand bist! Oh, ne, ne! Das wünsche ich mir auch manchmal! Ja, hab ich, hab ich. Ach, schwach! Sag ich mal! Wer macht denn lieber Chaos? Wer ist so ein Chaos? Wir haben einen Sidekick übrigens. Katze, wen hast du angeschossen? Willst du keine Shopping Queen? Willst du, dass ich jemanden anschließe, Blaudi? Ja, aber nicht mich. Kapuze, du wirst executed. Ja, ich hoffe, ich habe keine Fehler gemacht. Das ist vor allen Dingen... Du hast nirgendwo... Zu sagen shoppen ist ja wohl... Ich war hier mal eingekommen. Oh Gott. Ja, Kapuze. Kapuze, vielleicht hat er auch geleckt, wie wär's damit? Da kommt... Das war ordentlich so nötig. So, ich habe übrigens auch noch eine Denk-Engine vom Nils. Er sollte auch besser beten, weil ich komme jetzt. Wohin schießen wir? Wohin schießen wir was? Ja, da einfach in die Kirche rein. Das ist eine blöde Frage. Kirche. Hallo, Maru? Ich? Aber ich habe gar nichts damit zu tun. Da ist Katze auf dem Dach, den darfst du töten. Oh, Heilige. Da ist unser Keller geflogen. Heilige? Ja, hier, Heilige. So haben wir vorbeigeflogen. Der letzte Thomas hat übrigens irgendjemanden erwischt. Ja, ich glaube, da oder auch. Der redet zumindest nicht mehr. Da kommt einer mit einer Kugel. Alter, da ist ein Ball. Bist du dumm? Oh, Au! Hä? Nein! Du bist vor meine Dings gelaufen. Ich kann eine Technik machen. Also das Einzige, was ich machen sollte, wer dich erschießt, weil du dir gerade geworfen hast. Ja, weil ich habe keinen. Zwei Innos auf dem Gewissen, ja. Schauen wir mal wieder ab. Kapuze, du hast jetzt schon zwei Innos auf dem Gewissen. Und, nee, ich wollte nicht kennen und ich... Zwei hat er jetzt auf dem Gewissen. Ich hoffe, du fühlst mir richtig meine Punkte übrigens. Ja, ist mir leid, Baloui. Der Braindead ist er. Instant Braindead. Ja, ich habe auf Pain gesniped. Ja, hat ja gut funktioniert. Ja. Also kapuze. Nein, tut's ihm nicht. Du hast nämlich den Ball geworfen und der ist explodiert und darum... Ja, genau das ist passiert. Ich hätte jetzt auch noch gesniped. Eidens hat gesniped. Der Ball ist echt... Der Schnibberkühl. Eidens hat auf jeden Fall geschossen. Eidens hat auf jeden Fall geschossen. Ja, halt auf mich, ich habe auch Leben verloren. Na, was? Ja, klar. Okay. Ah, ich schieß doch auf mich, ja. Hast du... Das war jetzt jemand anderes. Oh, Kapuze. Wiege ich alle jetzt? Items ist das so... Du hast ja alle in uns gekriegt, natürlich leben. Kunran! Bösewicht. Items. Items und Kunran sind die bösewichte. Hör doch mal auf so rumzuschwingen wie so ne... Warte kurz. Nee, ist nicht. Oh, ich muss aber auch. Okay. Okay, dann nicht. Tschüss. Guten Tag noch. Wo ist er denn? Er war gerade im Spawn. Das einzige was mich ein bisschen zu sorgen macht ist... Auf dem Möp nicht überall spawnen. Dass ich vorhin gehört habe, wie oben ein einzelner Diegel Schuss gefeuert wurde. Auf einen von euch. Ja, es war aber ein Kill auf Maru. Achso. Es war ein Schuss auf Maru, ein Kill noch nicht. Wir müssen mit der Shotgun nachsitzen. Okay. Hat er mir kurz Sorgen gemacht. Sollte es auch. Wollte ich gleich abballern. Naja. Maxi ist nämlich schon tot. Maxi ist schon tot? Ja. Ja. Er läuft nämlich da hinter mir her und sucht mich und jetzt ist er an der Maru's Leiche. Und jetzt guckt er wieder in den Gang wo er herkam und jetzt will er einen wiederbeleben. Das ist richtig frech. Oh, aber macht er nicht. Er rennt lieber ab. Das ist doch alles scheiße. Ich hasse euch. Soll der Maru wiederbeleben. Jetzt haben wir ihn verloren. Ich kann nicht mehr sagen wo. Ah! Oder im Turm. Alle drei böse im Bunde. War Maru schon mal wiederbelebt worden? Nein. So, weil er nichts gesagt hatte. Doch. Du hast echt nichts gesagt. Also wirklich nicht. Ich habe auch gesehen, wie du auf jemanden da oben geschossen hast. Irgendwie aber nicht auf wen habe ich leider gesehen. Wenn euch das Röntchen gefallen, lasst ein Like da. Schaut mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.